Und ein herzliches Hallo zu F1 2015 mit der 2014er Saison aus aktuellem Anlass. Von mir ein kleines Jules Bianchi Special, der leider am 17. Juli jetzt verstorben ist. Und am 3. August 1989 in Nizza geboren wurde. Deswegen machte ich Fahrer einen kleinen Grand Prix hier mit Jules Gebäuden in Nizza. Da sieht man es nochmal da unten. 19 Grand Prix. Beste Platzierung 9 stimmt glaube ich nicht ganz. Ah 11, denn er wurde glaube ich 9. in Monaco. Wenn ich alles täusche, da hat er gepunktet. Genau, da hat er nämlich 2 Punkte bekommen. Da stimmt hier nicht die Anzeige. Naja. Was soll ich sagen? Coz Masters. Max Chilton, sein Teamkollege im vorigen Jahr. Marulo Schaar. So, wir fahren. Kurzes Quali. Ja, 25. Das reicht. Auf klar. Wir nehmen eine Legende, habe ich gesehen. Sonst sind wir da zu schnell. Dass man da ungefähr auch bei Max Chilton eher in der Gegend zieht und nicht vorne in die Top 10 drin. Das braucht man nicht. Rückblenden. Ja, die lassen wir mal anpacken. Für mich Autoschaden komplett. Fahrhilfen, das passt alles standardmäßig bei mir eingestellt. Und wir gehen rein und fahren. Willkommen in Japan. Wir sind in einem Vermittlungspark, ein Riesenrad, eine Achterbahn und eine der besten Rennstrecken der Welt. Das heutige Qualifying sollte jeden Augenblick beginnen. Genau. Genau. So, dann brauchen wir noch ein Setup. Das nehmen wir natürlich hier alles mit. Ah, ich wollte nichts speichern. Ich wollte eigentlich laden. Ja, was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Nehmen wir mal, ich merke sein Setup. Ich glaube, für die Geraden brauchen wir doch ein bisschen Geschwindigkeit. Ähm, ansonsten haben wir da eh nichts Dramatisches eigentlich. Ja, das können wir glaube ich lassen. So Sprit können wir raus tun. Ich will die nur eine schnelle Runde drehen. Wobei. Ja, egal. Fahren wir mal raus. Fahren wir mal eine gezeitete Runde. Und zwar, diesmal fahren wir hier mal so raus mit Bianchi. Auch die Einführungsrunde nehmen wir mit. Können wir gleich mal schauen, wie der Wagen so liegt. Aber jetzt fahren wir Marussia speziell. Erwarte ich mir jetzt nicht allzu viel. So, los geht's. Kurzer Spezial Grand Prix. Zur Ehren von Schülpe Anki. Ja, hätte ich mir Zeit, würde ich wahrscheinlich sogar in 100% fahren, aber. Geht sich leider nicht aus. Die Reifen mal aufwärmen, aber jetzt nicht zu überstapazieren für die Quali-Runde, dass wir noch Spritter, also dass wir noch Grip haben, nicht Sprit. Sprit haben wir hoffentlich auch. Da bricht er hinten gleich ein bisschen aus. Ja. Mal gleich zu den anderen. Formel 1 wegen, ja, liegt jetzt vom Feeling ja nicht allzu Bombe. Aber ist auch klar. Da sieht man erst einmal, wie Bianchi hier arbeiten musste mit dem Auto. Und sensationell 9. wurde in Monaco. Sehr gute Leistung. Da hätten wir ihn natürlich gerne noch weiter beobachtet in seiner Karriere, wo er eventuell noch gelandet wäre und was er noch eventuell zustande bringen hätte können. Ja, das war schon wieder ein Dicken zu viel. So, Fettgemisch rein. Los geht's. Der ist. Mach mal. Hinter mir ist mir jetzt in meiner schnellen Runde, die Alexa, egal. Ja, das war noch nicht so optimal. Aber ich muss meine erste schnelle Runde. Ja, liegt sehr unruhig. Da haben wir wohl schon. Weiß ich, ob es auf meinem Setup jetzt liegt, oder? Ja, da müssen wir doch einmal fahren. Ja, da habe ich wieder einmal zu spät eingelenkt. Das kann hin und wieder leider passieren. Wenn ich es nicht ganz auf die Reihe kriege, beim Einlenken. Auch der war nicht allzu gut. Da müssen wir doch einmal ein zweites Mal, glaube ich, rausfahren. Ja, das passt zumindest. Ja. Ja, da geht es noch einmal wegab, dann. Ich glaube, man kann das schon rausbeschleunen. Geht aber nicht so wirklich ganz, wie man sich das gerne vorstellt. Wir denken, sind wir ja alleine auf der Strecke. Das ist schon mal gut. Wir haben uns auch sonst nicht gestört. Na, die Runde war nicht berühmt, leider. So, wir sind aber laut Ding hier fortschilden. Zurück zur Garage. Schauen wir uns das noch einmal kurz an. Wo wir wirklich stehen. Ziel wäre 18 hier. Äh, Info. Im Zeitensektor habe ich ja verloren. Ja, genau, das stimmt. So, der andere Bildschirm. Und wir sind, ja, 4,1. Knapp dran an Kobayashi. Ah, den will ich mir noch holen. Den will ich mir noch holen, dass ich vor dem bin. Maldonado hat hier drei Sekunden. Ob wir noch eine ganze Sekunde oder 1,2 noch finden, das glaube ich weniger. Eriksen hinter mir. Aber Kobayashi und Schilton, ah, Schilton, 3,9. Ja, den will ich auch auf jeden Fall schnappen. Bei 25 hätten wir jetzt sogar noch drei Versuche. Mit den Reifen eigentlich. Genau, gut, da haben wir eh nur einen Boxenstopp. Wir könnten eigentlich auch vier Versuche fast sogar bringen. So, den hauen wir uns mal rauf. Genau. Also sonst grundsätzlich von der Zeit her sind wir eh gut dabei. Wir müssen noch ein bisschen schneller oder noch ein bisschen besser fahren. So, diesmal steigen wir gleich in die fliegende Runde ein. Max liegt im Qualifier in der Zeit vor dir. Du musst noch drei Zehntel rausholen. Ja, drei Zehntel, sagt er mir natürlich sehr gut. Er hat immer noch drei Zehntel, muss ich noch rausholen. Wir versuchen noch einmal unser Bestes. So, wir gehen gleich auf Fettgemisch. Und geht's noch einmal an. Neuer Versuch. Oh, alle hinter mir. Ach du Scheiße. Das gefällt mir jetzt aber gar nicht. Warum fahren die genau jetzt? Ja, da fährt er mal gleich hinten rein. Maa, unglaublich wie das Auto auch hier liegt. Wie schlecht beim Umlenken. So, Rosberg wird mich wohl hoffentlich jetzt nicht blockieren. Jetzt vielleicht auch ein bisschen Abtrieb und vielleicht den der Motor überhitzt. Rosberg, komm, gib Gas. Er hat aber einen schlechten Zeitpunkt zum Rosfahren erwischt. Und wieder schlafe ich hier bei der Einfahrt. So, da gehen wir gleich einmal zurück in die Garage wieder. Das war nix. Das war ganz schlecht gefahren von mir. So, noch einen neuen Satz. Dann bitte ins Infofenster. Und schauen, wo wer ist. Äh, Chilton. Da ist eh gerade keiner. Sollten wir jetzt eigentlich in aller Ruhe fahren können, theoretisch. So, ist der irgendwo hinter uns wer? Nein, jetzt war's glaube ich. Genau, vor uns ist maximal wer, aber das wird nicht das Problem sein. Ja, hier mit dem Marascher gar nicht so einfach zu fahren. Da muss er mal schauen, die gute Leistung, was er gebracht hat. Tschuld, Bianchi. So, der ist rein. Jawohl, unter die Gerade wieder hier. Ja, und dann fahrst er ein bisschen zu weit rausgekommen. Ah, unglaublich. Also wie der liegt, das ist ja wirklich grauenhaft. So, das könnte jetzt für uns sprechen. Was, ich bin 15 langsamer. Das ist aber jetzt auch Scherz, oder? Gleich zu meiner anderen Runde, ersten Runde. Warum bremst er da nicht? Das gibt's ja nicht. Hm. Ja, ich glaube, da müsste ich noch ein bisschen Feinarbeit leisten. Egal, die Runde fahren wir jetzt mal zu Ende. Da rutsche ich wieder raus? Das gibt's ja nicht. Wie langsam muss ich dann auch fahren? Boah, Leute. 100% Grand Prix mit dem Auto. Respekt, Tschuld, Bianchi. Das ist ja nicht echt auch so scheiße Pferd. Puh. Hart. Deine Zeit in Sektor 3 ist gut, aber du verlierst Zeit. Ah, ich hab mich verbessert. Trotz allem. Schau mal rein. F1. Jawoll. Oh, sehr geil. Da bin ich so in der Nähe sogar von Pastor Maldonado. Puh, und das mit der schlechten Runde? Hm. Ja, offenbar muss man da am Limit sich trotz allem bewegen mit dem Auto. Das ist ja wie Tag und Nacht im Vergleich zu, was ist denn, einer Ferrari oder so? Unglaublich. So, jetzt haben wir da die Zeit rein. Ähm. Und gehen mal Richtung Rennen. So, jetzt fahren wir mal alle raus. Aber ich glaube nicht, ob es nicht Schildenkopperage oder Eriksson noch reinholt. Reikönnen hat keine Zeit noch, warum auch immer. Null Runden. Sehr eigenartig. Warum sollte der jetzt nicht fahren? So, jetzt probiert das, aber Reikönnen. Hab da mal eine erste Zwischenzeit. Eine zweite. Und da ist er schon. Auf P6 immerhin. Ja, passt. Reikönnen hat sich wenigstens mal qualifiziert. So. Berichterstattung. Na, schauen wir mal. Derweil habe ich nur einen schwarzen Bildschirm. Klick mal auf Enter. Okay. Derweil von Nico Rosberg. Er ist die schnellste Runde der Session gefahren. Und er steht... Rosberg. Der Antendi Riccardo. Philippe Massa. Hamilton, der Vierter. Bottas, Vettel, Reikön, Alonso. Kevin Magnussen. Sehr gut. Und hinten... Adrian Suttile. Hier haben sie schlecht eingestuft. Im normalen 2,14 ist er immer ganz vorne. Und hier ist er auf einmal... ...ganz hinten. Na ja. Also da ist er eben in Sombra. Genau. Da ist er auch sauber gefahren. Das eine Jahr. Hükenberg war das. Blödsinn. Hükenberg. Habe jetzt verwechselt. Der ist aber auf der Elf. Genau. Mit dem Force India. Ja. Und wir hier mit Jill Bianchi. Aber was geht denn hier? Markus Eriksen im Ketter mit 17. What? Vor Suttile und Maldonado. Eine 1,42,7. Markus Eriksen. Ja, wo hat er denn die rausgezaubert? Im Vergleich zu Nassar jetzt in der nächsten Saison. Da schaut er eher schlecht aus. Aber hier. Da hat er einen guten Tag anscheinend gewischt. Ja, unsere Aufgabe jetzt versuchen, Markus Eriksen irgendwie zu kriegen. Wird natürlich schwierig. Mal schauen, ob da Sauber und der Lotus an Eriksen vorbeikommen. Aber glaube ich fast schon. Und wir werden versuchen, hier einen guten Grand Prix zu fahren. Mit Jill Bianchi. Und eben... Vor unseren Kollegen ohne zwei Ketterhems irgendwie zu landen. Das ist mein primäres Ziel. Wir hoffen, dass es auch heute wieder dramatisch wird. Die Ingenieure checken noch ein letztes Mal die Boliden. Also sehen wir uns die Startausstellung für das Rennen an. Und vielleicht schaffen wir ja aus irgendeinem Grund noch einen anderen Piloten. Aber ich würde sagen, fahren wir einfach mal los. Und schauen wir mal, wie es uns geht. Und Schül Bianchi. Und am Schluss werden wir uns noch eine TV-Runde auch anschauen. Und Schül Bianchi. Das Rennen. Ja, 17. Ich will nur vor dem Ketterheim da vorne sein. Und dann verschlafe ich schon hier komplett in den Start. Meine Güte. Chilton. Können wir noch mal ein bisschen reinbremsen. Boah, auf der krasen Arbe. Gott sei Dank kein... Eriksen zieht auch wieder nach vorne. Hamilton 17 da. Uh, da war was? Was ist denn da? Wer gibt mir da eine mit? Ja, genau. Er checkt mich voll raus. Und ich habe die... Und ich kriege die Verwarnung, oder was? Schlechter Scherz jetzt. Ja, hier können wir noch nicht vorbei. Letzter. Ja, das ist aber sowas Neues. Ja, da macht er brav Platz. Chilton. So, jetzt nicht den Anschluss verlieren. Kobayashi. Ja, hier hinten noch mal auch interessant. Zumindest noch mal die erste Runde. Ja, da sind wir beide Letzter. Die beiden Browushers. Nachdem mich das Sutil aber auch rausgecheckt hat. Und ich den Start verschlafen habe. Zwei schlechte Komponenten fürs Rennen. So. Ja, Speed ist jetzt auch nicht so berühmt. Schön reingebremst. Ich glaube, zwei Liter Plus haben wir an Benzin. So, erste Runde mal überstanden. Mit ein paar blöden Zwischenfällen leider. Können Sie noch ein bisschen ran schnuppern hier an Kobayashi. Muss immer aufpassen, das Auto liegt wirklich nicht gut. Probiert es selber mal aus. So, mein Plan jetzt genau hier ran. Und vorne in der Haarnadel fliegt vorbei an Kobayashi. Oh, da gibt er nicht auf, da ist er noch. Ach du Scheiße. Okay. Ja, jetzt haben wir den Anschluss hier verloren an Maldonado. Boah, da gibt er Frühgast auch Kobayashi. Auf der letzten Grasnarbe. Ich will mindestens hier Kobayashi überholen. Gebe Flaggen. Oh, voll in der Haarsen. Ja, gefahr weiter. Was ist denn? Darf ich nicht überholen? Oh, Button. Jensen Button. Mein Auto. Mein Auto von der Einzelkarriere. Da fährt einmal Button selber und so legt gleich den McLaren. Ja, was ist denn da los? Ah, shit. Jetzt habe ich da wieder Abstand. Das DRS ist jetzt aktiviert und verfügbar, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir, in der DRS-Zone befindest. Ja, auch zum Reden, Jeff. Ich muss ein bisschen das Fahrgeräusch auch hören von den Reifen, wann wir wie wo rutschen. Wow, wenn das so weitergeht, hätte ich mir jetzt doch ein 50%-Rennen gewünschen. Irgendwie. Gerade ist ziemlich geil hinter uns. Ah, Chilton lässt schon ein bisschen nach. Wir attackieren hier Kobayashi. Hier will ich noch nicht reinstehen. Ah, da zieht es mich ein bisschen nach links. Ah, shit. Jetzt kann ich nicht versuchen, hier zu attackieren, aber da bleibt er eh schön hart da außen. Ah, wie unruhig hier das Auto aufbauen, anbremsen ist sensationell. Ja, wahrscheinlich ist auch ein bisschen mein Setup. Das von Australien geht anscheinend da doch nicht ganz so. Kann man das von Australien geladen, was ich vom Mike bekommen habe? Muss ein bisschen die Flügel eigentlich runter, dass wir eben auf der Gerade nicht, auf den Geraden da nicht so viel verlieren. Da hinten rausfallen. Ah, vielleicht wäre hier doch wie mich ein bisschen mehr Abtrieb. Gar nicht so schlecht gewesen, weil da sind wir eben auf der Geraden, weil sie langsam war. Jetzt kommen schon Schilden wieder von hinten. Dann hat er los. Ah, da fehlt Ericsson schon wieder zurück. Der war doch vorne 16 oder irgendwas. Oder noch weiter vorne. Und jetzt dürfte er da Probleme haben. Wahrscheinlich hat er da irgendeine überholt und alles. Und vielleicht auch ein bisschen auf die Seite gedrückt. Denn jetzt ist er ziemlich schnell zurückgefallen. Vielleicht können wir uns... Das in der Wiederholung, dann nachher rein kurz anschauen. Die ersten paar Runden, was da mit Ericsson, warum er da zurückgefallen ist. Wenn ich es nicht vergesse, bis dorthin. Ja, jetzt beide Ketterhems vor uns. Das wäre mein Ziel hier mit Schild Bianchi, die zu schlagen zumindest. Weil Donato fahren ist auch nicht allzu schnell unterwegs. Das sehen wir gerade. Gut. Voriges Jahr war der Renault noch schlechter wie jetzt. Aber so schlecht, dass er nicht mal gescheit hier mit vor den Ketterhems davon fahren kann. Kann ich mir jetzt nicht erinnern. Bis den Sektor eins schneller als dein Fahrer. Nutze diesen Vorteil, um ihn zu überholen. Ja, ja. Hier kommt er gut raus. Hier kommen sie gut raus. Das ist schwer hier anzufahren. Und dann in der Haarnadel. Gut, man bremst sie auch quasi in der schnellen rechts schon an. Und wenn hier die Balance vom Auto nicht ganz passt. Vielleicht habe ich ein bisschen zu weit nach hinten gegeben, die Balance. Dann rutscht man natürlich. Ja, wir können versuchen auf den Geraden, dass ich meine Bremsbalance ein bisschen nach vorne verstelle. Dass zumindest das, vielleicht hilft das ein bisschen. Dass ich hinten nicht ganz so rutsche. Wow, auf die Wiese gekommen. Jetzt darf ich hier den Anschluss an die Ketterhems nicht verlieren. Wer kommt da? Ah, da hinten kommt schon wieder Button, glaube ich. Der dürfte auch weitergefahren sein. Der holt uns natürlich ein. Ah, shit. Jetzt muss ich mal... Wo kann ich das einstellen? Oh, Erichsen! Oh, ei, 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 ei. Verliert den Platz gegen Kobayashi im Zweikampf. Oh, oh, oh. Da hat schon der Frontflug mir gewackelt, weil Kobayashi auch nicht allzu schnell war. Der S, wir kommen da noch einmal. Schaden, Gott sei Dank, nichts kaputt geworden. Da will ich jetzt nicht reinstechen. Ah, er rutscht aber auch ein bisschen auf der Hinterachse. Ah, wir sehen, wir können da auch ein bisschen schnell. Ah, die Schikette haben wir doch. Renault-Motoren, habe ich auch nicht gewusst. Ah, und genau wieder hier, wo meine Chance zu überholen ist, weil man das Erichsen uns nicht angreift. Da müssen wir vorher schon das Lenkraderbild gerade stellen, dass wir dann nichts ins Schlinge geraten. So, gehen wir mal hier ins Menü. Nach unten. Bremskraft, nach vorne verteilen, genau. Da hat, ah, da hat Schul gerade, haben wir gesehen, links unten nach unten gegriffen, zum Hebel. Mal schauen, ob das, ob uns das was bringt. Soll es nicht den Anschluss hier an Kobayashi? 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 Verliert? Das ist gut. Sehr schön. Wir drehen mal auf. Kobayashi kommt schon an die Box, Runde 5. Wieso das denn? Wann kommen wir? Ach du Scheiße, ich hätte gerade Boxenstopp gehabt. Okay, verdammt. Jetzt habe ich das wieder komplett übersehen und jetzt... Ah, jetzt reichhören in die ersten Kurven mit den kalten Reifen. Före nicht einmal so schnell, dass wir hier... Ai, 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 ai. Gib mir! Ach, das gibt es ja nicht. Oh. Oh. Button. Eriksen. Scheißdreck. Ja, merke ich, danke. Ist mir das Schild noch hinter mir? Ah, da ist doch schön in der Box. Ah, jetzt habe ich die Box verschlafen. Das gibt es ja nicht. Um 2014 war da immer so schön so ein rotes Kästchen meine Güte. Er hat das eh gesagt und ich habe es nicht einmal gehört von der Aufregung. Das ist ja nicht zu fassen. So, hier können wir nochmal auf Fett gehen ein bisschen hier bis zur Boxen-Einfahrt. Ja, es ist mir jetzt noch kein Reifenrot, aber unnötig. So, die Temperatur auf dem Motor passt auch. Eieieiei, schlechter Comprie. Ja, jetzt komme ich, habe ich das vorher nicht gehört, oder? Ja, jetzt komme ich auch genau rein. Meine Güte. So, Boxenstopp mit Schild, Bianchi. Ich habe, ja, ich habe einiges verhaut eigentlich hier. Auch den ersten Boxenstopp verschlafen. Den Start verschlafen. Gut, Sutil hat mir eine mitgegeben. Das haben wir auch in der Wiederholung nochmal anschauen. So, jetzt die Orangenen drauf. Die mag ich eigentlich am wenigsten, aber da müssen wir jetzt auch durch. Button ist direkt vor uns, aber der wird gut hat. Ah, hier hat er noch den Mercedes-Motor, glaube ich, drin. Da sollte er ein bisschen besser drauf sein. Da kommt Kobayashi. Bleibt jetzt hängen, das ist gut. Oh, da draußen stehen zwei. Eieiei, fahren die weiter. Ich glaube, die fahren jetzt weiter. Und da gab es auch einen Zusammenstoß anscheinend. Oh, reifenkallt und orange. Oh, oh, oh. So, wir werden aufwärmen einmal. Und da bringen wir aber so schnell keine Temperatur rein. Die sind noch immer blau. Auch die da vorne haben Probleme. Eieiei, was ist das denn geil, da hinten so mit denen hier zu kämpfen? Ist einmal was Neues? Boah, was ist da los? Uuua, jei, 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 jei. Das ist alles mal nur am Rudern und am Schwimmen. So, jetzt können wir aber versuchen anzugreifen vorne. Uua, jei, 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 jei. Okay, da ist er einfach auch schneller raus. Alles klar. Benzin haben wir noch ein Fettgemisch, okay. Schauen wir mal, was haben wir? Plus 2, wenn das stimmt. Temperatur passt im Reifen mal zumindest. Da muss aber keine Sorgen machen. Nur mal, wenn wir noch ein bisschen einschießen, auf dem Orange generell, ja, okay. Passt. Und dort chillt noch schon wieder hinter uns. Seid auch jetzt wieder aufgeholt. Nach meinen Fails, was ich da hatte. Ja, hier mit dem Fettgemisch kommen wir doch ein bisschen näher. Kommt mal vor. Das sieht gut aus. Wieder auf die Geraden. Kobayashi. Eriksen. Ja, Barton kommt doch nicht einmal weg von uns. Das Unterwege jetzt ein bisschen mit seinem Mercedes-Motor. Ja, hier komme ich nicht vorbei. Da ist er zu gut. Ja, aber die Legendenstärke, die passt schon. Kann ich mir leider in drei Einzelspieler jetzt nicht mehr umstellen. Glaube ich halt zumindest. Oder schauen wir mal. Oh ja, es könnte aber doch gehen. Dass wir da realistischer mit unserem McLaren unterwegs sind. Muss ich mir gleich anschauen, ob ich das während der Meisterschaft umstellen kann. Also ich meine, den Ingenieur überhört, was der gesagt hat. Gehen wir mal in den Funk rein. Statusreport. Wir verlieren Kumpel in etwa fünf Sekunden. System ist zu langsam. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mission zu Ende fahren. Ja, und jetzt passt eigentlich hier. Achso, sind da die Schilden auch noch jemand? Ah ja, die haben sich nicht rausgerutscht. Aber im Endeffekt hier vorne die zwei Kettehems und wir die zwei... Ja, Freunde, wenn ihr euch da nicht einig seid, kann ich euch beide überholen. Sehr schön. Jawohl. Ihr macht auch Fehler. Das passt. Und ich bin genau da, wo ich hinwollte. Minimum Ziel. Losberg liegt in Führung. Na, schauen wir mal. Kommt da überhaupt irgendwann einmal der Grip wieder zurück? Ja, vor den beiden Kettehems und vor meinen Dienkollegen, das war mal mein primäres Ziel. Hammergerade, also... Momentan bin ich zufrieden. Ah, unglaublich. Schlecht wieder eingelenkt. Verschlafen in den Einlenkpunkt. Ah, da kommt was schon wieder, Kobayashi. Angreifen tut er mich ja nicht, weil der Bremser nicht so spät wie ich. So, Fettkimmisch raus. Die hängen da hinter uns. Ja, Kobayashi. Kann er mich attackieren. Ja, hier eher weniger. Vom Speeder sind wir relativ gleich. Das passt. Ich glaube nicht, dass er mir irgendwo vorbeikommt. Wenn ich jetzt keinen groben Schnitzargebo drin hab. Ja, hier mit der Eche auch mal, ob er es irgendwo wagt. Jetzt habe ich ein bisschen Vorsprung, das ist gut. So, Runde 10 von 13. Sehr gut. Das passt einmal der Runde, die Runde. Auf allem die Lastwechsel sind hier brutal auch mit dem Auto. Jetzt hat er es wieder halbwegs geschafft. Ja, 5 Sekunden auf Marlonado. Den werde ich wohl nicht mehr einholen. Das ist zu viel des Guten. Aber hier gegen die 3, das wäre auch schon durchaus bei einem längeren Grand Prix sicher interessant. Hier auf Legende Schaut ganz gut aus, soweit. Schaut ganz gut aus, soweit. So, nochmal hier. Start und Ziel beim Riesenrad vorbei. Da geht es schon in die Runde 11. Eriksen. Ja, und hinten Kobayashi und Schilden haben ein bisschen Abstand. Kobayashi hat sich abgesetzt, oder waren die zwei vielleicht im Zweikampf? Hat man es nicht gesehen. Wie viel haben sie mit dem Anschluss an Kobayashi verloren? Ja. Wäre, der ist noch da. Ja, wenn ich mich noch ein bisschen herumärgern muss, oder ihn hinter mir halten muss, auf jeden Fall. möglichst schneller ist er, glaube ich, nicht wie ich. wer ist noch da super zurück schon ganz gescheit aber ein bisschen abstand habe ich jetzt drin zu ihm ja hier ist sowieso ein bisschen besser dann schauen wir wieder ja hier muss man sehr langsam um die kurve ja kopiasche ist da plus 1 sprit lassen wir noch jetzt noch mal drinnen und dann schaut man nachstart und sieht wieder aus sehr gut leichten abschluss wieder reinbekommen hier zu kobayashi jetzt haben wir langsam das fettgemisch dann runterschrauben ja sehr gut leichten abstand reinbekommen ja 3,7 mal unabhängig so schließe ich auf den eigentlich auf der muss auch irgendwelche probleme haben weil so langsam kann er nicht sein wenn es einen lotus gibt es ja nicht da fahren aber mehrere da vorne wir sind auf legende mit dem maruscha na und schon mache ich den fehler haha einen kleinen zumindest ausweg ist außer dem erster sehmer da oben genau es ist nicht zu fassen dass ich die behinderte kurve nicht nicht rein kriegt verstehe ich nicht immer wieder verpasse ich da den einlenkpunkt das ist nicht zu glauben also das definitiv nicht die schuld von schuld bianke sondern das bin nur ich jetzt keinen so schnitzer machen dass kobayashi da vorbeikommt hallo da ist er schon neben uns ach du scheiße können wir jetzt einlenken da hat man ein bisschen mehr mut als kobayashi anscheinend so jetzt konzentrieren wir uns aber bitte noch die letzte runde nochmal fettgemisch raus hier was wir noch die letzten reste drin haben das sollten wir jetzt schaffen was so herr gut okay jetzt ja es macht trotzdem fahren hier gegen die kette heims und so zu fahren bei 15 und leider gibt sie kette ist nicht weil das ist blöd da wird man mit den maruscha oder jetzt mainers alleine herumgurken und maximal gegen den teamkollegen fahren das macht nicht so viel fahren aber hier gegen die keiter heims im vierzehner in der vierzehner saison ich könnte mir doch auch vorstellen vielleicht sogar eine special saison mit bianke eventuell auch zu starten vielleicht nach meiner oder zwischendurch einmal so eine pro woche weiß nicht so ein 50 prozent bianke special ich weiß nicht oder wenn mike im koopi ja oder leine bianke saison sogar könnte mir auf legende da 50 prozent das wäre sicher auch geil ich hätte schon schwer überlegen nach meiner ersten meckland saison vielleicht die 214 mit bianke zu fahren die saison was hält ihr davon wärt ihr da auch dabei oder soll ich die normale 215 weiter fahren ist es gleich einmal das wäre ich dann in meinen normalen parts fragen also im prinzip entweder nach meiner aktuellen meckland saison oder soll ich die gleich parallel starten so wenn ich das über funktioniert mit den speichern hier weiß ich jetzt gar nicht kann ich im 214 eine eigene saison starten ohne dass die aktuelle gelöscht wird im 215er so jetzt auf jeden fall einmal sind wir jetzt über start und ziel da sind wir hier mit dem auto von schülpianke ich durfte es pilotieren da ist er jawohl sehr geil ein screenshot gemacht sehr schön sehr sehr schön wer gewonnen nico rossberg vor philippe masser williams hamilton nur dritter ja auch mit rückstand dann sebastian vettel dann ricardo kimi raiköln wettere walteripotas alonso also ja im ferrari natürlich auf der acht dann schon erik werden nico rückenberg den retenig wird jansen button im mclau mercedes hast hat dann ja hat es noch ein bisserl nach vorgearbeitet war er bei uns hinten unterwegs und dann hat er noch ein bein geholt gut jeres im sauber sutil ganz schlechte sauber piloten ja dann mal mit einem 12 rückstand ich mit 19 jahren mit ein bisserl aber da sind wir gar nichts auf das immer gar nicht so weit weg also ja damals optimale set-up alles haben könnte man da an die 15 position da vorne halt anschließen und in dem fall dann an die siebzehnte position bei 20 19 die 18 position können wir dann anschließend denn ketterheim und raulscha da sind wir ganz hinten wenn dann alle vorne dabei sind könnte man schauen dass man die 18 schaffen aber hier 16 der platz ja mit zwei disqualifikationen sergio perez und kevin magnussen vielleicht war auch der rausrutscher dort das kann natürlich auch sein ja für punkte wird es natürlich sehr schwer über die saison das wäre natürlich das ziel dass man irgendein rennen irgendwo irgendwie mit schüppi angeht wenn wir es fahren sollten irgendwann neue punkte schaffen vielleicht sogar in monaka so wie er selber da besteht vielleicht eine chance so jetzt sollten wir noch ganz kurz natürlich in die wiederholung reinschauen das ist jetzt ein langer part doch relativ sage ich mal wahrscheinlich was haben wir da an der zeit 42 minuten ja okay da ist der start da habe ich ihn leider verschlafen den start ja das war schon mal mein erster fail bin ich eigentlich nicht ganz würdig hier mit ihm zu fahren anscheinend aber gut so jetzt fahren wir da raus und jetzt sehen wir gleich sutil gibt man da eine mit ja moment das wird noch einmal einmal zumindest kurz da kommen wir jetzt daher enter moment ja ja kamera eventuell von tag genau das war es perfekt so was haben wir f8 vielleicht sogar aus der sicht von sutil kämpft da mit maldonadro glaube ich ja war dann immer ein bisschen im clinch ich lass mich auch ein bisserl rüber eigentlich nicht bekommen dann genau seinen hinter reifen ab und dann bin ich schon weg also so graus ausfällt hätte ich mir gedacht gut gut genau da wollte man auch zu ericsson da ist er nämlich schon da war nämlich relativ gut dabei gut hamilton werden da wahrscheinlich jetzt relativ flott kassieren da war aber ganz vorne ganz gut dabei botas fightet da mit hamilton da werden da die werden am start auch irgendwas gehabt haben so geht das eh ganz schnell sorry sorry wenn ich will muss dann endlich zuschauen ja mal kurz zu hamilton was ist da los was ist da los was ist da los das ist eine gute position auch die kommen sich in die quere war dahin mit einfach nur zu schnell eigentlich nicht die haben sich berührt und sind einfach zu zweit hier rausgezogen dann kommen sie wieder langsam zurück fäden sich wieder ein da kommen auch schon ich daher ja genau das schaut total aus wie ich da rausschieße so jetzt wieder weiter ericsson da wieder schon kassiert in der haarnadel von botas jetzt hinter ihm noch hamilton wird ihn wohl auch gleich kassieren da auf der geraden sogar schon ja 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 mit der mercedes power hier schon ist er gleich vorbeigegangen an marcus ericsson und dann nimmt er nimmt der hamilton gleich noch hier den sauber mit oder zack und ist schon vorbei sensationell das ist geil dass er dann doch so durchs feld hinten durch pflügen kann louis hamilton und da zieht er schon weg wieder sehr geil sehr geil so ericsson scheiße ich keine position nicht genau sehen kann aber jetzt das sauber wieder wohl auch noch überholen bei der war dann irgendwann direkt vor uns mit kobayashi dann im infight dann mal donado er hat gut zwei plätze noch hoppala sind die falschen tasten da sind wir dann schauen wir uns noch an wie es ericsson jetzt ergeht ob man auch irgendwas anschauen ich weiß gar nicht hier greift ihn hier ein sauber an vielleicht nein noch nicht jetzt hier auf der geraden vielleicht ah da hat er auf der geraden überholt ja da hat er keine chance gehabt wahrscheinlich da sind sie ein bisschen schneller unterwegs ja gut das war genug wiederholung würde ich sagen ja da bedanke ich mich fürs zuschauen das war das special und ich bin mir überlegen ob ich da nicht eine saison mit Schülpianchi auch fahren soll entweder nach meiner McLaren Saison oder ich fange dazwischen das eine andere Rennen einfach an und bring so grob einmal die Woche einen Grand Prix in der 50% Grand Prix statt einer normalen Saison lasse das dann natürlich auch aus dass ich da auch zeitmäßig übereinkomme also einmal die Woche na gibt es nicht richtig sechsmal die Woche ist normale Formel 1 die aktuelle Saison und einmal Schülpianchi unter Umständen muss ich mir doch überlegen ob ich das mache muss ich mir doch überlegen wär aber schon lustig hinten hier überall bei den Grand Prix mit den Ketterhams und mit den Schildern zu fighten und möglicherweise mit den einen oder anderen hier die Lotus sind ja da auch sehr schlecht ah genau mit den komischen Nasen auch ich weiß schon weder sind ja nicht sehr berühmt unterwegs sauber und auch sauber und auch Lotus in der Saison wirklich sehr schlecht unterwegs gewesen ja hier mit diesen Bildern von Schülpianchi darf ich ihm mich für das Special mal soweit bedanken und verabschieden vielleicht 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 fange ich das ja an muss ich mir überlegen eine Saison aber es wäre ja generell geil hinten das habe ich ja schon immer irgendwie interessiert und vielleicht irgendwo in einem Grand Prix werden alles natürlich auf Legende fahren also wenn wir durchziehen wenn hier wo die KI komplett überlegen ist und ich kann es noch umstellen werde ich es ändern ansonsten können wir das durchziehen ja dann noch einmal im Gedenken an Schülpianchi beenden wir diesen Part und ja bis zum nächsten Mal vielleicht wird es was möglich mit der Saison würde mich doch interessieren also bis dann Ciao Ciao und Danke Danke